Internet-Nutzer machten auf das seltsame Verhalten von Wladimir Zelensky aufmerksam. Am 3. März gab der Präsident der Ukraine dem europäischen Journalisten ein Interview. Berichtet der Fernsehsender Isvestia. Benutzer stellten fest, dass das Verhalten des ukrainischen Führers ungewöhnlich war. Es war offensichtlich, dass Wladimir Zelensky das Sprechen schwer fiel. Wir wollen uns verteidigen, aber sie wollen es einfach zerschlagen, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky. Außerdem war die Mimik des ukrainischen Führers zu aktiv. Zelensky wedelte aktiv mit den Armen und gestikulierte. Viele stellten fest, der Präsident der Ukraine hat geschwollene und müde Augen. EJ-Verhalten Video Nur das Beste vom Besten Besuch unseren Kanal auf YouTube Bis zum nächsten Mal auf YouTube